Ja, ein Müller am Anfang, ein Müller am Schluss. Ich muss sagen, ich meine, jetzt stehen wir hier, wir strahlen, das ist wirklich, ich habe jede Runde genossen. Die Fans draußen, die haben applaudiert, ich habe jede Runde Gänsehaut gehabt. Unser BMW ist gelaufen wie ein Uhrwerk. Das Team, Schubert hat fantastisch gearbeitet und unser neuer Reifenpartner hat uns wirklich, glaube ich, ein perfektes Paket hierhergestellt und wir drei hatten das Vergnügen, das nach Hause zu fahren, aber ich bin rundum richtig happy und so kann es weitergehen.